Nein, die Lichter dürfen jetzt nicht ausgehen in den Städten. Gerade jetzt nicht, wo die Corona-Pandemie so vieles vereitelt, was den Menschen Spaß macht. Es wird ein Licht am Ende des Tunnels geben, ein Silberstreif am Horizont. Das ist die Botschaft der Weinheimer Lichtblicke, die am Freitag vor dem ersten Advent in Weinheim startet. Gemeinsam mit anderen Aktionen, die trotz allem Leben und Hoffnung in die Stadt unter den beiden Burgen bringt. Die Stadt Weinheim, die IG Marktplatz und der Verein Lebendiges Weinheim sorgen für die Illumination besonderer Gebäude und Orte. Hier ein paar Szenen von der Vorbereitung. Es ist angerichtet. Jetzt gibt es bald, was schon Goethe wünschte. Mehr Licht. Die Weinheimer Lichtblicke werden präsentiert von der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord.